Thüros ist Grillkultur made in Germany. Es gibt 362 Produkte, die wir für den Griller herstellen. Der große T4, unser Top-Seller. Wir exportieren innerhalb der EU und nach Drittländern, auch Australien, Israel. Wir sind schon groß aufgestellt. Mehr ist unser Thema. Unser Produkt ist 99% recycelbar und besteht nur aus zwei verschiedenen Produkten. Rohstoffen. Macht Spaß. Wir freuen uns immer, wenn wir Thüros-Fans begeistern können, hier im Grilltempel zu grillen. Hoffentlich noch in Familienhand und hoffentlich überall auf der Welt. Bekommen wir, aber ist nicht mein Thema. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich betrachte auch mein ganzes Team als meine Thüros-Familie und bin ganz stolz auf jeden meiner Mitarbeiter und auch auf meine Familie. Ein toller Unternehmer und eine ganz besondere Person. Heimat ist das, was wir alle brauchen, wo wir unsere Ruhe finden und wo wir schon grillen können. Ja, Made in Thüringen als Markenwelt war eine Idee, um auch anderen Thüringer Unternehmen mit ihren Produkten eine Plattform zu geben, um an den Consumer direkt herantreten zu können. Ja, zwei ganz irre tolle Typen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit denen was zusammen machen kann. Und jeder auf seine Art ist einfach auch eine Kugelfeer. Bratwurst. Ja, wir müssen ja auch jedes Produkt immer wieder ausprobieren. Und wenn man nicht zu viel Fettiges grillt, ist es ja auch eigentlich, ja, bei mir sieht man es jetzt nicht so, ist es ja auch eigentlich ganz gesund. Corona-Regeln. Über die Weihnachtsgeschenke meiner Kinder. Ändr-Güter. Untertitelung des ZDF, 2020